So, ihr wissbegierigen Menschen, in diesem Video zeige ich euch jetzt mal, wie man hier unter Urlaubsziele ein Feld hinzufügt, wie beispielsweise dieses Feld hier und wie man das dann translatable macht. Das wird mega witzig hier in diesem Tutorial. Und zwar als allererstes möchte ich einfach nur den Wert, beziehungsweise, nee, das Label will ich als erstes übersetzen. Das ist nämlich am einfachsten. So, passt mal auf. Ich gucke mir ja mal dieses Ding hier jetzt an. Ich habe hier drüben den Code und zwar Urlaubsdauer, genau, hatte ich hier hinzugefügt und ich möchte dieses Label hier translatable machen. Deswegen sage ich jetzt mal einfach, anstatt, dass ich das hier einfach als HTML ausgebe, mache ich einen neuen PHP-Tag auf und mache hier Unterstrich E. Das E-Code, also das E steht eigentlich für Echo, gibt das auch automatisch aus und dann sage ich mal hier, das Ganze ist jetzt Wochen, ja, einfach Wochen. Und dann mache ich Komma und dann sage ich US, das soll nämlich zu diesem Text-Domain, zu dieser Text-Domain gehören. Dann mache ich ein Semikolon und dann Fragezeichen und dann spitze Klammer zu, damit hier auch dieses PHP hier geschlossen wird. Das sieht von der Syntax hier jetzt schön aus, das Highlighting ist korrekt. Ich gehe einfach mal auf Save und dann gehe ich hier rüber und, ja, lade das Ganze neu. So, mal gucken, was passiert ist. Hier steht einfach immer noch Wochen. Wie übersetze ich das Ganze jetzt? Also, das hier ist jetzt eine Übersetzung, das sehe ich an diesem Unterstrich. Wenn ich jetzt einfach nur Unterstrich Unterstrich schreibe, dann würde ich das einfach nur registrieren. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte ein Theme bauen mit 100 Zeichenketten, die ich im Voraus übersetzen möchte, dann würde ich in einer, zum Beispiel in der Theme Functions, würde ich dann ganz viele Zeichenketten hier einfügen, erstmal übersetzen lassen und später dann mit Echo benutzen. Ich könnte, wenn ich jetzt hier das hier in einer Functions.php habe, dann möchte ich natürlich keine Ausgabe haben. Deswegen, wenn ich Unterstrich Unterstrich habe, dann möchte ich einfach nur sagen, das soll eine Übersetzung sein, aber ich gebe es nicht aus, also ich mache kein Echo. Ich könnte jetzt natürlich sagen, alles klar, Echo, lass bitte diese Funktion der Registrierung abspielen und gib mir alles aus. Ja, sowas funktioniert auch. Dann wird es auch ausgegeben. Aber die Kurzform ist natürlich schöner, also meist benutzt man einfach Unterstrich E. Und das Unterstrich steht halt für Translation, Internationalization oder irgendwie sowas. Okay, jetzt geht es weiter. Wir wollen das Ganze natürlich auch übersetzen. Die Basissprache ist eigentlich immer Englisch, ja. Darauf steht hier schon mal von vornherein Weeks. So, das ist glaube ich, ach verdammt, jetzt habe ich noch ein Buch gemacht. Weeks. So, speichere das ab und dann steht hier jetzt im Basisfile Weeks. Aber womit übersetze ich mein WordPress eigentlich? Und dafür habe ich jetzt ein Plugin für euch. Das möchten wir jetzt installieren. Dieses Tutorial ist vielleicht ein bisschen Overshoot, ein bisschen viel Much-Information auf einmal. Viel, 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 aber dafür klicke ich auch besonders schnell heute für euch, damit ihr das alles wirklich nahtlos sehen könnt. Ich gebe QTranslate X ein und drücke Enter hier unter Plugins installieren. Und dann möchte ich auch das Ganze installieren. Wenn ihr mit dem Visual Composer arbeitet, wie zum Beispiel ich hier im Impresor, braucht ihr auch noch gleich ein Plugin, das ihr mit nachinstallieren möchtet. Und wer hier mit Advanced Custom Fields arbeitet, so wie ich, der braucht sogar noch ein Plugin. Also, das Ganze wird krass. Ich sehe jetzt schon hier ACF QTranslate Plugin installieren, will ich auch, will ich alles machen. Das ist wichtig. Der hat das automatisch erkennt, dass ich hier eigene Felder habe. Also sagt er, willst du die auch übersetzen? Brauchst du noch ein Plugin? Alles klar, ich will noch mehr Plugins installieren. Genau, machen wir. So, und dann sagt er, Alter, du hast Visual Composer, Malte. Okay, will ich auch noch ACF QTranslate X sozusagen kompatibel machen. Also brauche ich sogar noch ein Plugin. Ganz schön viele Plugins, ne? Aber Internationalization, das macht übrigens auch die Seite langsam, ja? Also, es gibt Sachen, die ich so mit WordPress dann nicht mehr bauen würde. Wenn ich dann irgendwann 100 Plugins bräuche, dann kann man auch eine eigene Lösung programmieren, ja? Ja, ganz einfach. Aber in diesem Fall hier, es ist per se übrigens nicht so, dass Plugins eine Seite langsam machen. Absolut nicht. Wenn sie gut programmiert sind, tun sie das nicht. So, und warum haben wir das jetzt installiert? Also, einerseits, aber das wäre eigentlich ein zweites Video wert, um die Values, also die Werte dieses ACF, also meine eigenen Felder zu übersetzen, aber natürlich auch um dieses Weeks zu übersetzen. Damit ich das jetzt testen kann, brauche ich natürlich einen Translation Switcher. Und dafür brauche ich das jetzt eigentlich erst mal primär. Und zwar gehe ich deswegen jetzt erst mal hier auf QTranslate. Ich komme mal hier drauf und dann haben wir hier irgendwo ACF QTranslate. Das ist wichtig, weil ich jetzt schon ein Bierchen getrunken habe heute, das darf ich bloß nicht vergessen, möchte ich das erst mal hier enablen. Ganz wichtig. Das wollte ich bloß nicht vergessen. Also jetzt, wo ich sowieso darüber stolper, ganz wichtige Sache. Und dann, da müssen wir hier dieses QTranslate finden. Wo haben wir denn QTranslate? Guck mal her. QTranslate X hier. Einstellungen. Wenn ich sowas nicht finde, dann komme ich hier mal hin und dann sehe ich, ah, Sprachen. Ja, alles klar, hört sich so an wie QTranslate. So, und jetzt die Frage, alles klar, jeder Bereich der Fremdsprache, blablabla, Deutsch ist erst mal Standard. Genau, okay, alles klar. Dann habe ich hier noch so ein paar Einstellungen, zum Beispiel, dass ich hier diesen Fad-Modus benutze oder ich nehme Pre-Domain-Modus. Ne, 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 das ist alles, ist alles so in Ordnung. Ich gehe mal auf Speicher und jetzt, jetzt gucke ich mir mal die Seite erst mal an. Habe ich hier jetzt vielleicht schon einen Language-Switcher? So, ähm, so, ich gehe mal hier runter, ne, habe ich nicht. Dann gehe ich mal hier einfach auf Customize und dann gucke ich, ob ich zum Beispiel jetzt ein Widget habe. Gehen wir mal hier auf Basic-Sidebar, Widget hinzufügen, ähm, Sprache, ja, QTranslate, Sprachenumschalter. Kann ich natürlich auch unten in den Footer reinhauen, ne? Kein Problem, aber wir brauchen einfach nur irgendwo einen Language-Switcher. Ja, ich kann in den Footer tun, ich, bei Impreza bin ich mir ganz sicher, da kann man auch irgendwie einen Header mit dem Header-Builder zum Beispiel ein Element anlegen, dass man das QTranslate kompatibel hinbekommt. Ich kann jetzt hier einfach zu English switchen, sozusagen, und so kann ich zu Deutsch switchen. So, und ich sehe jetzt, beides ist hier noch Weeks, ja, und diese 12, die ist leider, ähm, ein bisschen langweilig, die 12. Da wäre es schöner, wenn ich jetzt einen Text hätte, den ich übersetze. Deswegen habe ich mal nämlich in einem anderen Tutorial hier unter Feldgruppen noch einen Text angelegt. Den können wir auch noch ausgeben, damit wir das dann da gleich testen können mit der Übersetzung, hier den Urlaubsort. Ähm, den kann ich mir natürlich auch einfach mal ausgeben lassen, ja. Mache ich mal hier zum Beispiel den Break-Tag, zack, und dann sage ich mal Echo-Get-Field, zack, Urlaubsort, schließe ich das, zack, 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 zack. Und, ähm, ach ja, genau, klar, ich muss hier eine PHP-Ungelung drauf machen, ne. PHP, Echo, zack, schließen. Ähm, probieren wir mal aus, so. Und dann versuchen wir natürlich auch noch den Wert zu übersetzen, ja, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Lass mal gucken. Echo-Get-Field, hier, PHP. Neue Programmiersprache erfunden, okay. Gut, jetzt habe ich hier Mallorca. Das möchte ich irgendwie, da kann ich ja was anderes reinschreiben. Ähm, Mallorca-Reise, Mallorca-Travel oder irgendwie sowas, da kann ich ja übersetzen lassen. Deswegen gehe ich erstmal hier auf Urlaubsziel bearbeiten. So, und den Value jetzt, beziehungsweise genau, den, den Wert zu übersetzen, das ist easy. Hier kann ich nämlich das Ganze jetzt, wenn ich dieses ACF noch installiert habe, kann ich hier hin und her switchen. Und dann habe ich hier zum Beispiel rechts Mallorca und an den blauen Balken sieht man, dass das, ähm, dass das Q-Translate X fähig ist. Also, wenn ich hier Mallorca, äh, Travel eintrage und ich habe hier gerade Deutsch, ja, Mallorca-Reise eintrage, dann kann ich hier auf Englisch switchen und dann kann ich Mallorca-Travel hier eingeben. So, und jetzt kann ich hier wechseln. Super cool, oder? Ich habe die an mehreren Stellen hier. Super, super cool. Gehe auf Aktualisieren, gehe dann hier rüber und sehe dann Mallorca-Reise und jetzt gehe ich mal auf Deutsch, ja, das ist jetzt Deutsch. Deswegen ist das hier nicht ausgegraut, ist ein bisschen unlogisch, ne? Dann gehe ich jetzt auf Englisch und dann habe ich hier Mallorca-Travel, genau. Und dann, was ist aber hier zum Beispiel mit Weeks? Weeks ist zum Beispiel wichtig. Wie übersetzen wir das? Da gehen wir jetzt, ähm, wie wir am Anfang hier installiert haben, hier Loco-Translate. Hier gehen wir drauf, gehen auf Themes. So. Dann gehe ich auf Impresa. Hier habe ich nämlich die Sprachdatei hinterlegt im Languages-Folder. Dann gehe ich auf German. Zack. So, und jetzt, wenn ich jetzt hier mal eingebe, ähm, Weeks, dann finde ich das nicht. Das ist ein sehr großes, naja, nicht so ein großes Problem. Äh, das kriegen wir hin. Wir gehen wieder zurück auf unser Theme. So, und die Problematik jetzt hier ist, dass, wenn ich hier ein Template erstelle, und das mache ich jetzt mal ganz kurz, ähm, ja, dann muss ich erst definitiv auf Advanced gehen, bevor ich das Template erstelle und muss hier Punkt, Punkt eintragen unter Source-File-Path. Weil ansonsten wird das Child-Theme nicht ausgelesen. Dann gehe ich auf Save Config. Ich habe jetzt für diese Konfiguration hier fünf Stunden gebraucht oder so oder drei. Ähm, das kann richtig Nerven kosten für dieses Video. Ich habe es nur für euch gemacht, weil ich habe es bei einem anderen Theme gemacht und bei Impreza ist es mehr tricky. Hiermit kann man nämlich eventuell noch, ähm, ja, zwar das Weeks überschreiben, hat dann aber das Problem, dass man, und das zeige ich euch direkt hier unter Beiträge, alle anderen Zeichenketten zum Beispiel gelöscht hat. Das kann man hier unter Beiträge halt am besten sehen. Wie zum Beispiel hier Kommentar. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir gehen jetzt mal auf Impreza und dann gehe ich mal hier auf Create Template. Passt mal auf. Dann gehe ich hier auf Create jetzt. Hauptsache das Punkt, Punkt ist hier eingetragen unter Advanced. Und das Ding ist, ich habe jetzt hier ein Template und gehe auf Edit. Es wurden jetzt alle Dateien ausgelesen und es wurde zum Beispiel auch erkannt, dass hier Weeks im Child-Template ist. Daran sehe ich das hier. Ich könnte jetzt hier filtern und dann sehe ich Weeks ist jetzt da. Alle anderen Sachen sind auch da und da gibt es noch keine Übersetzung hin. Hier unten, das ist nur der Kontext, das ist nicht Übersetzung. Wenn ich jetzt zurück auf Impreza gehe, dann könnte ich jetzt hier auf German gehen, kann das aber nicht synchronisieren. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zurück hier gehe und ich lege jetzt eine neue deutsche Language an, dann habe ich das Problem, dass dann meine alten Sprachdateien sozusagen überschrieben sind und dann würde ich zum Beispiel das hier als Comment sehen. Dann habe ich zwar hier Wochen, aber das hier ist dann nicht mehr Kommentar, sondern Comment und dann wird nur noch ein Pfeil ausgelesen. Ich muss also dafür sorgen, dass dieses German hier, dass das verknüpft wird, ganz einfach, dass das verknüpft wird, sodass ich das hier synchronisieren kann. Weil jetzt sehe ich unter Pfeil Info, dass dieses hier ein Missing Template hat. Was mache ich also? So, und jetzt wird es ganz spannend. Bitte jetzt exakt so folgen. Ich gehe jetzt auf mein Framework und dahin, wo ich meine jetzige, das finde ich raus, indem ich auf Impreza gehe, Entschuldigung. Ich gehe hier auf German und dann gehe ich auf Pfeil Info. Da gehe ich hin. Wenn ich hier sehe, wo das liegt, dort gehe ich hin, dort mache ich mir eine Sicherheitskopie. Hier, Impreza Framework Languages. Dort. Egal, was ihr für ein Theme nehmt, geht dort hin. Impreza Framework Languages. Dort nehme ich mir .de.de, was ich vorhin hochgeladen habe. Mache mir einen Ordner wie hier. Ich lösche den nochmal ganz kurz. Sage Delete. Klicke auf OK. Ich muss hier die Seite neu laden, damit das wieder ordentlich aussieht. Gehe auf New Folder. Sage Sicherheitskopie. Sonst muss ich das schon wieder neu hochladen. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Das hier muss ich jetzt, der ist leider gerade zurückgesprungen, deswegen muss ich zurückgehen. Und, ja, oder ich lösche ihn einfach nochmal. Sage Delete. Gehe dann auf WP Content. Themes. Bei euch müsste das funktionieren. Ihr könnt das auch über FTP machen. Dann gehe ich in Impreza rein. Dann gehe ich in Languages rein. Beziehungsweise nicht in Languages, Entschuldigung. In Framework. Und ihr müsst euch übrigens von diesen Dateien hier immer eine Sicherheitskopie machen. Weil ansonsten, wenn ihr euer Theme überschreibt, dann sind die weg. Man kann das auch umständlich machen in dem Child Theme. Aber dazu werde ich nochmal irgendwann ein anderes Tutorial machen. Das hier ist wirklich nur tricky, um seine eigene Übersetzung erstmal hinzuzufügen. Das ist jetzt Schritt 1, was wir machen. Ich gehe in Languages. Prüfe nochmal, wo ich bin. Ich muss in Framework Languages sein, genauso wie es hier angezeigt wird. Hier mache ich mir jetzt einen Ordner. Ich gehe auf New Folder und prüfe nochmal, dass der auch hier reingeht. Nicht, dass ich wieder rausgeschmissen werde. Und nenne ihn Sicherheitskopie. Ziehe diese hier dort rein, indem ich hier auf Copy gehe. Sicherheitskopie. So. Gehe da mal rein. Liegen die da jetzt? Ganz wichtig. Ja, die liegen da. Die müssen da safe sein. So. Jetzt habe ich diese beiden hier. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich hier rübergehe. Und witzigerweise gehe ich hier völlig destruktiv vor. Ich lösche das einfach. Ich gehe da rein. Da muss ich drin sein. Und gehe auf Delete. Gehe auf Unwiderruflich löschen. Und dann erstelle ich mir. Und ihr habt ja gesehen, das war nicht miteinander verknüpft. Ich kann das aber verknüpfen. Ich kann hier auf Themes gehen. Impreza. Oder ich hätte gleich auf Impreza gehen können. Und kann mir dann ein verknüpftes Template erstellen, indem ich auf New Language gehe. Dann gehe ich hier auf German und wähle dann hier Impreza Languages.de.de. Okay. Gehe dann auf Start Translating. Okay. Und jetzt sehe ich, upsie, alle deutschen Sachen sind weg. Okay. Und deswegen haben wir es gerade dazwischen gespeichert. Deswegen gehe ich jetzt in Sicherheitskopie. Ja. Gehe mal hier auf Reload. Wo ist mein Ordner hin? Der ist jetzt weg. Ähm. Ich nehme mal einfach die beiden hier. Moment. Ich mache mal hier Reload. Ich nehme mal einfach die beiden hier. Irgendwas ist mir gerade hier passiert. Dann gehe ich mal auf Copy. Ähm. Und dann möchte ich mir die beiden auf jeden Fall hier zu Impreza Languages kopieren. Gehe mal hier drauf. Und jetzt kann ich nur hoffen, weil irgendwas ist gerade passiert. Irgendwie sind die ja gerade einfach verschwunden. Ich könnte sie aber neu hochladen. Und sehe, meine Translations sind wieder da. Perfekt. Weeks ist jetzt weg. Aber was jetzt gekommen ist, ist dieser Sync Button. Und den drücke ich jetzt. Und jetzt habe ich alles gefixt. Jetzt ist die Verknüpfung da. Wenn ich jetzt hier Wochen eingebe, dann ist nicht nur das hier übersetzt, sondern auch hier unten sind die übersetzt. Wenn ich jetzt auf Save gehe und jetzt hier rüber, dann ist mein eigenes Feld übersetzt. Und dann ist auch hier Kommentar noch weiterhin übersetzt. Das ist wahrscheinlich das komplexeste Tutorial über PO-Translation in der deutschen Sprache. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ich euch mit diesem Video hier helfen konnte, abonniert meinen Kanal und sagt mir immer auf Facebook guten Tag. Viel Erfolg mit euren Languages und Translations. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Kopfschmerzen, weil ich weiß, das kann richtig Kopfschmerzen bedeuten. Euer Malte.